Zufriedenheit 30 ermutigende Impulse für Frauen Von Lydia Brownweg Die heutige Andacht trägt die Überschrift Der verhängnisvolle Tausch Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Philippa 4, die Verse 12 und 13 Der Wunsch nach den angenehmen Dingen des Lebens ist ganz natürlich. Gleichwohl macht es einen Unterschied, aus welcher Motivation heraus wir diesen Wunsch hegen. Haben wir gute und nachvollziehbare Gründe, oder wollen wir etwas haben, weil alle es haben? Unser Herz ist nicht immer einfach zu durchschauen, und nur Gott allein hat den klaren und ungetrübten Einblick. Doch auch wir können unsere Motive etwas auf die Schliche kommen, wenn wir einmal bewusst und selbstkritisch darauf achten, welche Umstände unsere Wünsche auslösen. Wir waren mit unserer Eigentumswohnung ganz zufrieden, bis wir Sarah einen Besuch in ihrem Einfamilienhaus abstatteten. Wir waren mit unserem Single-Dasein ganz zufrieden, bis Alex sich Hals über Kopf verliebte und auch gleich verlobte. Wir waren mit unserer Zwei-Plus als Aufsatznote ganz zufrieden, bis wir feststellen mussten, dass Jana eine Eins geschrieben hat. Sich ein schönes Haus, einen Ehemann und Erfolg in unseren Aufgaben zu wünschen, ist gut und legitim. Ist jedoch das Gefühl, zu kurz zu kommen oder leer auszugehen, Quelle dieser Wünsche, so nennt man es schlicht und ergreifend Habgier. Diejenigen von uns, die sich der Gefahr der Habgier bewusst sind, versuchen ein solches Verhalten zu vermeiden. Eine schnell und einfach zu handhabende Maßnahme, die sich dafür anbietet, ist die gedankliche Auflistung derer, die weniger haben als wir. Diese Methode wird uns häufig durch Kommentare von Freunden nahegelegt, die es ja unbestritten gut meinen. Natürlich wohnst du nur in einer kleinen Etagenwohnung, aber du hast mehr Platz für dich allein als die meisten Familien auf dieser Welt. Ich kann mir ja vorstellen, dass dein Job dich manchmal langweilt, aber wenigstens bist du nicht arbeitslos wie Hannah. Vielleicht ist es manchmal frustrierend, Tag für Tag in ein leeres Haus zurückzukehren, aber immerhin musst du dir nicht wie Christine die Mühe machen, jeden Abend eine warme Mahlzeit für die ganze Familie auf den Tisch zu bringen. Zwar dienen solche Vergleiche durchaus dazu, dass wir die Segnungen in unserem Leben wieder bewusst wahrnehmen und Dankbarkeit in unserem Herzen empfinden, aber sie bergen die Gefahr, dass uns die so gewonnene positive Sicht unseres eigenen Lebens vom Regen in die Traufe bringt. Wir tauschen Habgier gegen Stolz. Wir schlagen in diesen Tausch ein, wenn wir versuchen, uns selbst dadurch besser zu fühlen, indem wir uns vor Augen führen, dass jemand anderes Mangel an etwas hat, das wir selbst besitzen. Ein solches Vorgehen beobachten wir bei keinem der Apostel. Paulus, dessen Ausführungen über Zufriedenheit unsere Auffassung zu diesem Thema stark prägen, hat uns niemals gesagt, dass wir mit dem zufrieden sein sollen, was wir haben, weil andere noch weniger haben. Er hat eben nicht gesagt, Er zieht seine Vergleiche niemals auf horizontaler, sondern immer auf vertikaler Ebene. Christus war seine Quelle und das Geheimnis seiner Zufriedenheit. Wir werden immer mit dem Finger auf Menschen zeigen können, denen es schlechter geht als uns. Ebenso wird es auch immer Menschen geben, die es besser getroffen haben. Der Einsatz solcher Vergleichsmethoden als Signalgeber für Zufriedenheit ist und bleibt ein Nullsummenspiel. Der einzige Grund, warum wir trotz unerfüllter Wünsche zufrieden leben können, ist Christus, der uns dazu befähigen kann. Er schöpft aus seiner Fülle und versorgt uns mit dem, was wir hier und jetzt brauchen. Eine Lektion, die Paulus uns lehrt, ist die Tatsache, dass man Zufriedenheit lernen kann. Wenn wir also um Zufriedenheit ringen oder darum kämpfen, dass sie uns nicht abhanden kommt, so dürfen wir uns nicht entmutigen lassen. Der Frieden wird unser Herz mehr und mehr erfüllen, wenn wir ihn auf eine Art und Weise suchen, die uns die Bibel zeigt. Werfen wir einen Blick auf die Kehrseite, so stellen wir fest, dass es ebenfalls die Kraft Jesu Christi ist, die uns befähigt, mit erfüllten Wünschen angemessen umzugehen und zu leben. Wir sind auf Gnade angewiesen, um unsere Befriedigung nicht daraus zu ziehen, dass wir etwas haben, was andere nicht haben. Auch Paulus musste lernen, Zufriedenheit auch angesichts des Überflusses zu bewahren. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Seitdem er Christ geworden war, hatte er die Tatsache erkannt, dass er selbst nichts verdient hatte. Er hatte keinerlei Recht oder Anspruch auf irgendetwas. Diese Wahrheit trifft auch auf uns zu. Und wenn wir das einmal erkannt haben, wird unser Blick nicht mehr durch das gehalten, was wir entbehren, weil wir viel mehr dankbar sind für das, was wir haben.